Hallöchen und willkommen zurück bei Portal Nights vor lauter Neger und Tzatziki, ich bin total verwirrt. Ja, dabei ist der Onkel und die Cinderella. Hallöchen, warum hältst du mich eigentlich als Cinderella? Hallo, Cinderella heißt uns. Achso, Charakter heißen so. Ernsthaft? Ja klar. Das ist ja langweilig. Wieso hast du hier eigentlich die ganzen Penisbäume gepflanzt? Na und dir mal, dass du nicht mal, ne? Überall ich die einzige Frau hier bin. Ja, dass du mal weißt, was Sache ist. Bitte was? Ach deswegen soll ich also die Küche, ihr Sexisten. Ja. Das hast du gesagt. Ey. Oh, er spielt Cinderella. Er darf hier die Küche. Die Worte habe ich doch genau im Kopf. Was, du hast im Kopf? Wollte ich gerade sagen. Jetzt unterstellt ihr Frauen auch, dass sie alle dumm sind. Das wird alles besser. Nee, das unterstellt man dir. Was? Meine Mama hat immer gesagt, ich bin die Schönste im Stall. Es ist okay, das hier. Ich brauche Kohle. Was ist denn los mit euch? Geh mal aus der Kiste raus. Sag mal. Aus dem Kiste. Geh aus dem Kiste raus. Ach, warte. Das ist in Ruhe. Alter, geh aus dem Kiste raus. Ey. Dunkel. Ja. Ach, weißt du nicht? Dunkel. Ja. Pssst. Ey. Pssst. Was denn? Er stirbt wegen dir. Warum? Weil er sich kaputt lacht wegen dir. Pooool. Aber so viel Sexismus in einer Folge ist ja nicht mehr lustig. Ich verstehe nicht, warum er lacht. Das ist das Problem. Alles gut, guck mal. Was ist denn schon wieder? Jetzt geht's. Ey, guck mal. Unser Baum brennt. Oh mein Gott. Hurra. Hurra. Das Bäumchen, das ist wieder da. Oh Gott. Oh Gott. Nee, der kann dir auch nicht helfen. Ich glaube, wir haben jetzt das Baumfest. Wir ehren alle Bäume. Und zu ehren, facken wir sie alle ab. Ach wohl, warte mal. Das hier könnten wir mal. Und das könnten wir auch mal. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Baum anschieße? Nüs, okay. Wollte ich sagen, du hast einen Baum angeschossen. Boah. Boah. Was ist denn mit der Session los? So lange habe ich schon lange nicht mehr gelacht. So gut habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Wo kommen wir auch hin und her auf? Herz. Ja, ich bin stimmt. Komm am Arsch. Ich kenne euch ja noch nicht lang genug. Ich sehe ja nur knapp. Ein Jahr. Oh, so lange. Natürlich. So lange kennen wir uns schon. Ja. Und mein Kanal gibt es seit letztes Jahr irgendwas. Und stell dir mal vor, Privado war vor mir da. Das ist ja noch schlimmer. Was ich mir dabei gedacht habe. Keine Ahnung, du hast den angeschleppt. Weil er dich lieb angeschaut hat. Du hast den angeschleppt. Weißt du, stell ich mir gerade vor, wie Rivado irgendwie an der Tür so ein bisschen so. So draußen regnet alles, so ein kleiner Rivado. Direkt vor der Tür. Und her. Und her. Und her. Und her. Und her. Scheide. Du verrecken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe ja noch Wasser und so ein Scheiß. Lass mich mal. Danke. Ich brauche Kupfer. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Ich gehe. Egal. Was, 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 was? So, ich habe meine Tassen entleert. Onkel, wo gehst du denn hin? Ah, Onkel. Was? Oh, Mann, ey. Es geht schon wieder los. Hat er schon jemals aufgehört? Onkel, wir haben dich alle ganz doll lieb. Ganz doll lieb. Ist wirklich lieb. Ich sage es ja alle. So und sie auch. Und dann sind sie schwanger. Hör mal, ich wollte doch irgendeinen Scheiß. Was wollte ich denn? Gib mir eigentlich eine Trophäe oder sowas. Oh, Trophäe. Ich haue jetzt mal einen Harald kaputt. Mal gucken, ob das funktioniert. Was? Was? Einen Harald haue ich kaputt. Wer ist denn Harald? Na, unsere komische Puppe hier. Ach so. Warte, ich muss es. Ist es kaputt, ja? Was brauchte ich denn alles? Ach, Lein, stopp uns. Ich habe auch nicht einmal das Förderste. Wir wissen, ob man die kaputt halten kann. Ich glaube, er kann gerade sehen, wie viel Damage schon was. Nein, das wird sich und, äh... Ja, aber die Energie geht ja auch noch nicht. Ich geht ja auch irgendwann mal kaputt. Das Scheiß-Ding. Und dann? Na, ich... Keine Ahnung. Dann ist es kaputt. Ohne, Onkel will alles kaputt noch. Ich will... Ich will... Ich will... Lass dich irgendwo mal spielen, er hat auch sonst nicht. Ich müsste jetzt eigentlich... Nein. Ziehst du überhaupt noch was ab? Ich glaube, das hört irgendwann dann auf. Man kann diese Puppe nicht kaputt schlagen. Ich glaube, du hörst irgendwann einfach auf. Ja, ne, kann man nicht kaputt schlagen. Ohne, Onkel wird alles kaputt, nur aber toll. Ja, will ich. Ich habe gesagt, lass den Jungen noch her, hat er sonst nichts. Will ich. Achso, ich wollte Heildränke herstellen. Ja, das soll endlich mal, mein... Ja, aber... So, Heildränke herstellen. Äh, gab die 200? Ja, die gab die 200. Da, 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 da. Rampemmelra, pommelra, pommelra. Yo, 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 yo. Are in den Klo. Was? Was will ich denn in den Klo? Alter, ich lörd, da krieg ich dir so. Hm. Man kann immer noch nicht selektieren. Scheiße. Was? Alter, das war aus 12, äh, zwei Sechser-Stacks macht. Das hat doch vorhin... Ach, das meintet ihr? Hallo, du liebe Welt. Das ist ein Nervo. Oh Mann, das hat vorhin eine Nervo gefragt. Ach, schön, dass ihr wieder da seid. Da seid. Da seid. Da seid. Mahlzeit. Oh, Scheid. Bitte was? Ähm, so. Ich bin grad verwirrt. Warum? Verwört, Junge, verwört. Weiß ich nicht. Äh, das hat da... Brandbeschleuniger hat da, die Pilze kommen weg, brauche ich halt Schwein, werden kommen auch weg. Ich habe schon 92 Baumwolle. Juhu, freu dich. Also ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich nochmal irgendwann ein Part dazu nutzen. nochmal alles umzubauen. Von unserem Feld zumindest. Weil es sieht schon recht scheiße aus, was ich hier gehört habe. Wieso? Ich habe gehört, es hat eine Struktur... Äh, Struktur. Ne, hat nix. Leider nicht. Äh, nicht mehr. Am Anfang ja, aber... Jetzt nicht mehr. Es soll mal eine Struktur gegeben haben. Haben soll, würden, ja. Aber dazu lassen wir es mal alles schön wachsen und wenn alles steht, dann, ähm... Ah, wenn der es versteht. Wenn der es versteht. Wenn der es versteht. Hehehehehehe. Er hat stehen gesagt, ja, hehehe. Er hat stehen gesagt, ja, hehehe. Kölnfahrt. Penis. So, ich brauche... Wer braucht denn alles in der Axt? Oder wollen wir einfach eine Axt mitnehmen? Oder jeder eine? Äh, jeder eine. Was brauch ich nix? Na, um Holzwälen. Du flammen haben wir... Hab ich euch doch. Hab ich, hab ich, hab ich euch doch. Wie? Hab ich. Hab ich euch doch. Äh, so. Hab euch doch immer, Dings zu fällen. A for me. A for me. Da für die. Da für die. So, die Zwosen drin. Da bitte, da bitte, ja bitte, da 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 bitte. Ach, du Scheiße. Ich glaub, ich hab jetzt ein, was rausgefunden. Es gibt Menschen, die noch schlimmer singen als Rewano. Ach, du krass. Das ist ja wohl echt nicht schwer. Ah, du können auch mal mit? Was? Schlechter singen als Rewano ist nicht schwer. We love the satisfaction. Uhu. Ich find's schon schwer. Warum nimmst du Rewano so einen Schutz? Was? Warum du Rewano so einen Schutz nimmst? Den machst du gar nicht. Doch. Ist er selbst dran schuld? Er ist ein guter Junge. Er ist guter Junge. Ich nehm dir nicht als Schutz, er ist ein guter Junge. Ähm. Der Rewo? Auf der Straße wundet man. Alles gut bei dir? Ja, wieso? Auch nur so. Fragen wir mal, wie viel er dafür kriegt. Der Rewo, wie kriegst du denn dafür? Ja, sag ich nicht. Hä? 55! Stunde. Ja. Das würde er gerne wissen wollen wollen, ne? Ja. Wissen wollen wollen? Was ist los mit dir? Ist da einer ein bisschen wuschig? Wuschig? Oh, wuschig? Wuschig. Warum hab ich eigentlich ein Ei in der Tasche? Weiß ich nicht. Äh, stimmt. Irgendwo muss es ja sein als männlich. Ne? Als männliche Figur. Als männlich. Als männlich. Lieber Ei als männlich. Ei ist kalt geworden. Scheiße. Ähm, ey. Wollt ihr auch ne Bergbaukralle haben? Was für ein Ding? Ne Bergbaukralle. Weil den Bohrer braucht man nicht. Dafür hat man die Spitzhack. Die ist auch dafür gut. Äh, die Axt ist fürs Holz. Wollt ihr auch ne Bergbaukralle haben? Ist extra für Edelsteine. Oh, das stinkt gut. Ja, mein. Warum denn nicht? Also dreimal Krall. Äh, ja. Äh, könntest du diese Halszeine machen? Maxima, bitte mit. Ich brauche viele Holzzäune. Also nicht diese großen. Was? Sondern diese kleinen Holzzäune. Zäune? Zäune. Ja, ich weiß, ob ich Zäune habe. Ne, ich gucke mal, ob ich ein paar Zäune habe. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Erstmal will ich mich hier ein bisschen aussortieren. Ich habe hier gerade ein bisschen viel Kot dabei. Wo kommt jetzt der Strohblock her? Wieso liegt hier überall Stroh rum? Was? Ja, weil Nero auf dem Haus rumtornet. Du? Bitte was? Nero. Ja? Droh mich nicht an. Okay. Du bist ein Stromer. Oh Gott. Ah. Ja? Zack. 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 Der Teppokralle. Der Karate. Zack. Zack. Na, was denn? Sag doch. Zack. Zack. Was denn? Du musst euch denn das wissen, was du als willst? Was denn wollen? Hey, du bist ein Affe. Der Onkel baut. Alter, was ist? Das gesamte Gebiet ist zugeballert. Oh, warte. Hier bei den Möhren sind sie auch drei Quadratmeter frei. Die setze ich mal. Ich habe doch 47 Setzlinge von Gerotten. Ach, die Scheiße. Ja, das Feld nochmal zu erneuern. Das wird eine Megaaufgabe. Wieso besetzt du dich einfach noch Level 2? Also, ich sage mal so, bei uns am Alten, also bei der Alten Runde hatten wir es so gemacht. Eine Insel haben wir komplett dafür eingenommen für Crafting, das andere halt nur zum Einpflanzen und so weiter und so weiter. Du musst ja mal herreisen, wenn du mal eine Möhre brauchst oder so. Willst du mich verarschen? Du teilst dir das doch ein. Das ist mal eine Möhre. Aber schön habt ihr das gemacht heute. Sieht toll aus. Hä? Ja. Ich gucke hier oben zu. Ero, guck mal zu mir. Hallo. Hast du dir in so einem Gebäude gemacht? Ich bin der Meister des Möhrenfeldes. Wuhu. Unser Gebäude brennt. Burn, baby, burn, burn. Wächter auf dem Dach. Du hast Rechte auf dem Dach. Burn, 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 burn. Wächter. Jagd die Nazis weg. Wächter. Wächter. Oh Mann. Und alles singen. Hey. Ho. Hey. Du ho. Come on, Flo. Du kannst gerne alles begradigen. Ich bin eigentlich schon wieder ready, aber man muss dazu auch sagen, ne, weiß Bescheid. Dein Baum brennt immer noch. Dein Baum brennt. Hey, dude. Ja? Dein Baum brennt. Hast du Zäune gemacht? Hast du Zäune gemacht? Jux. Ja, ich guck erstmal, was man dafür braucht. Halt. Wann kommst du mal vorwärts hier heute oder was? Was seid ihr da für Nucki? Ne, du bist die Zinderella, nicht wir. Ich bin die Zinderella. Zinderella. Gitter, dein Baum. Tür, Zaun. Willst du einen Zaun oder willst du einen Hohnzaun haben? Ich will einen, hab ich doch gerade gesagt, nicht den Hohnzaun. Achso, da brauche ich erstmal für edelt einen Holzblock. Hohnzaun? Warum? Warum brauchst du den Hohnzaun? Hohen! Und du fliegt schon wieder aus. Alter. Das ist geil. Onkel? Ja? Wie war eigentlich dein Tag so? Kann es sein, dass da irgendwas vorgefallen ist, was sich so leicht gestresst hat? Ja, wir mussten vor uns ne Dreiviertelstunde auf Noxi warten. Was? Ja, ja. Ich kam nur nur ne halbe Stunde zu spät. Ne halbe, dreiviertel Stunde. Hä? Ich war doch um halb Bier. Eigentlich. Ne halbes Bier hab ich auch noch. Oh, Alter. Ich war um halb Bier. Ja, hab ich auch noch. Mamba, die ärgert mich. Ja, haben sie auch recht. Ja. Aber auf deine Mamba. Würde ich ja, wenn ich doch eine hätte. Für die, die wirklich keine Mamba mehr haben, ist das doof, der Schatz. Ja. Alter. Was? Was, Junge? Was? Was, Blatt? Was macht bei Far Cry 4 mit? Drei. Gibt's die eigentlich auch so Schaufel? Wieso? Willst du die Leichen ausbuddeln, oder was? Ich will hier schon mehr begradigen. Werde begradigen. Äh, es gibt einen Bohrer. Da machst du vier Felder gleichzeitig, wenn du gut triffst. Boah, gib mir den Bohrer. Boah, Alter, ey. Das ist doch echt ein Weih. Ich bin dir die Crafting-Hure. Ich glaube, das ist die Crafting-Hure. Weißt du, bist du auch der einzigste Hure. Und nur gegen alle Huren, die craften. Ich hab nix gegen euch. Du bist doch der einzigste, die. Ich bin der einzigste, die. Alter, drei Fehlschäden, einen Satz mit sieben Wörtern. Respekt. Das Reh speckt, Junge. Was, das Reh hat spe... Oh, nee, nee, nee. Ja, stell dir mal ein fettes Reh vor, was von links nach rechts läuft. Und dir ins Auto. Oh mein Gott, wir wollen von einem fetten Reh angerannt. Oh. Der ist auf Wartenschweiz. Boah, Maxi. Ja. Du warst schon echt schon mal witziger. Das heißt, ich war mal witzig. Hooray. Hooray. It's a holly holly day. And now I'm on Friday, it's all right. Holly holly day. O-M-G. O-M-G. Mit freundlichen Grüßen. Nein, wir gehen drauf. Nein, es nennt nicht OMG. Es nennt IMG. I am Gott. Soll ich den mal ins Gesicht pupsen, oder was? Übrigens, ich habe 29 Zäune. Schick dir das? Ja. Okay, um dich zu nerven. Die 29 Zäune liegen nicht in der Waffenkiste. Aber hier, ihr Affen, Alter. Macht mir ne Kralle, macht mir ne Axt. Nicht doch alles hier. Macht mal hinne. Okay. Okay. Alsoh.